Ja, hau euch einmal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir waren das letzte Mal in dieser irgendwas-Fabrik, ne? Und ich wollte ja, glaube ich, weiter zur Bibliothek von Ellington. Also, marschieren wir mal weiter. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit Fallout 3 gespielt. Äh, nicht Fallout 3, äh, Skyrim. Deswegen bin ich wieder gespannt, ob ich hier wieder rein finde. Und, was ist Crossroads Metro? Hä? Oder ist das? Wir gehen einmal nachschauen. Ah, okay, das ist was mit bösen Viechern. Also, das funktioniert noch so wie vor zwei, drei Dach. Wunderbar. Ich hoffe, euch gefallen auch hier die eine Stunde Parts, dass ich nicht so kleine Sachen mache, sondern mehr so groß. Jetzt muss ich wieder, warte mal, beenden. Jetzt muss ich wieder umsteigen mit den Tasten. Das ist nicht schön. Da ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. echt! Fats! Uh, was ist denn das hier? Leider grüne irgendwas hier. Pizze. Ah, ich habe ja hier genau Lämble. Nein, natürlich nicht. Ach. Moment. Das ist alles nichts, nein. Was ist denn das? Das ist ja total brutal hier. Ach, aber schmutziges Wasser könne ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme es einmal mit. Es schadet ja auch nichts. Erst einmal. Rausschmeißen kann ich es ja immer noch. Was ist denn das? Nix. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Und hier, was ist das? Und das? Was ist denn du? Trainingsbubbel oder was? Oh, jetzt habe ich die Trainingsbubbel kaputt gemacht. Das ist ja natürlich... Aha! Wie nehme ich jetzt alles? Ah, genau. Luftgewehr. Okay. Jetzt muss ich mal gerade auf die Uhr schauen. Okay. Damit ich nicht überziehe. Weil ich habe ja festgestellt, YouTube kommt mit einer Stunde Videos jetzt nicht so gut zurecht. Also alles, was länger ist wie eine Stunde. Insofern muss ich einmal gucken, dass ich unter einer Stunde bleibe. Was? Was ist denn das? Also, wo bin ich? Und wo gehe ich jetzt hier wieder raus? Das ist doch mit Sicherheit nicht gut, was ich da gerade mache. Was ist denn da oben? Wo bin ich denn jetzt? Aber da ist irgendwas Befreundetes. Macht denn jeder? Outcast Radio! Äh, das ist jetzt schon addon. Na, na. Tschüss. Tschüss Leute. Können wir vergessen. Mach ich jetzt nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Addon machen wir wann anders. Das machen wir ganz zum Schluss, weil... Ja. Na? Dürfte sich selbst erklären eigentlich. Warum ich das so mache. Soll ja dann noch ein wenig was besonderes bleiben. Äh, ganz am Schluss. Dass man dann nach der Hauptstory noch ein paar Sachen machen kann. Und deswegen ab zurück. Und deswegen ab zurück. Hallo. Ja, 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 ja. Genau. Alles klar. Soll ganz gehen, wenn man nicht aufpasst. Oh! Au, 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 au. So allerdings auch. Okay. Oh! Und dann, da. Dann gibt's mehr Action-Points. Gib mir Action-Points. Gib mir Action-Points. Gib mir Action-Points. Gib mir Action-Points. Ja? Friedliebend ohne Ende. Und ihr alle trachtet mir die ganze Zeit nach dem Leben. Ja? Ich mach überhaupt nix. Bin total nett. Und sympathisch und so. Also, äh, dahinter wollte ich weiter. Da, ne? Wo der Pfeil hin zeigt. Müssen wir jetzt mal irgendwie außen rum gucken. Mal wieder speichern zwischendurch. Gehen wir mal da durch. durch die Häuser schluchten. In der Hoffnung, dass wir nicht auf allzu viel Bösewicht gestoßen. Und da ist schon wieder was rot. Was denn da rot? Raider? Naja. Die lassen wir mal da. Wo's sind. Wird so der Erlinken-Bibliothek da. Ist das nix? Okay. Was ist das hier? Das ist die Überflute Dimitro. Wo ist die Erlinken? Ist noch weiter in die Richtung. Okay. Oh, was denn da? Raider-Town oder was? Boah. Kann ich irgendwie schneller rennen, laufen? Au, 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 au. Lass mal meine Ruhe. Ich lass da deine Ruhe. Au. Wie komm ich noch nübe? Also jetzt muss ich erst einmal Scharfschützengewehr auspacken. Das seh ich schon. Hab ich das noch? Hatte ich das jemals? Ich glaub schon Heckenschützengewehr, oder? Es zerstört. Ja, flinde dann halt. Auf geht's. Oh. 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 Da muss ich auch mal gleich mal hin. Schst, schst, schst. Ja, super, ey. Okay, das ist so schon mal nix. Also, ähm... Ja, ja. Äh... Woa. Ne, gut. Na endlich. Na endlich. So. Das war jetzt sehr verlustreich, muss ich sagen. Und das Trennmesser ist auch schon beinahe zerstört. Aber egal, jetzt gehen wir mal da rein. Schauen wir mal, was es hier zu looten gibt. Da fängt es ja schon an. Also. Sleeping. Fünf von acht. Das da. Ja. Sehr schön. Gut. Geschütztürme sind deaktiviert. Super. Das ist natürlich toll hinterher. Genau das, was ich gebraucht habe. Splitter. Oh, Menschenskinder ist das hier voll mit Zeit. Level up. Ah. Was machen wir denn da? Wissenschaft auf 60. Schleichen mal auf 20. Medizin knüppeln wir mal hoch, weil, ne? Und den Rest hauen wir mal in Dietrich. Okay. Was haben wir denn da? Nettes, Neues, Tolles. Tierfreund! Dietrich das? Ääh ... Nääh ... Naäh ... Wääh ... ... Klar. Nehme. 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 Zack. Level erhöht. Also gib mir die Boni. Und das geht doch. Das geht doch. Muss ich jetzt schon sagen, das geht jetzt recht gut. Dann machen wir mal die... Wissenschaft auf 70. Und die Sprache... Ne, reparieren. Machen wir jetzt mal weiter. Auch auf 70. Und den Rest hauen wir hier rein. Ja. Okay. So, und was... Gibt's was Neues? Ne. Starker Rücken. Mache ich dir einen starken Rücken oder mache ich... Ich glaube, ich mache nochmal intensives Training. Die Wahrnehmung. Dietrich, Energiewaffen, Sprengstoff. Hm. Na, die Wahrnehmung. Machen wir nochmal. Möchte ja... Ja, ja. Das ist so. Das ist... Bitte. Hat doch nur Spaß gemacht. Ich schwöre's. He. Du musst hier mal entscheiden. Ne. Also, da kannst du ja nicht einerseits sagen, hier, jeder kriegt was er verdient und ich mache die fertig und bla bla bla. Und dann bist du wieder so ein kleines Weich Ei, ne. Das geht so nicht. Puckis... Bö? Bö? Was ist das? Waffenlosen 2 erhöht. Oh, sehr schön. Ach, die Beerkoffe leer. Oh! Oh! Wow! Oh! Mist. Bleib da, weil du hast den, äh, doofen Raketenwerfer. Wenn du jetzt befasst und ich mich wieder irgendwann zurückkommst, ne? Okay. 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 Huh! Nehmen wir ihn mit? Nehmen wir ihn mit. Oh, jetzt habe ich wieder zu viel. Okay. Ähm... Ja, reparieren wir mal eine Runde. Ach, da haben wir schon einen einstecken. Das ist ja klasse. Eine Runde reparieren. Ach, ja. Eine Runde reparieren. Ach, ja. Okay. Dann wieder auf mit dem Trennmesser weiter. Meinen, das war jetzt voll ganz knapp, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Bitch. Gar nicht so ohne. Und was gibt's hier oben noch Tolles? Was ist jetzt, dass ihr das da so bewacht habt mit Raketenwerfern und Zeugen war? Nichts. In der Granatenkisse. Eine Landsp... Warum habe ich nicht mitgenommen? Die moderne Zuhaltung. Komm schon, komm schon. Ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Die moderne... Bla, bla, bla. Die drehe ich um zwei. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Okay, na, das ist klar, dass ihr das verteidigt habt. Das hätte ich auch verteidigt. Das... Torrad-Benzintank. Okay. Dann hätten wir das. Dann können wir jetzt endlich weiter. Ja. Uh, leck, leck. Hallo. Oh, es geht hier grad. Da... Mal fünfen. Das war jetzt grad, äh... Ne? Nicht ohne, der Leck. Okay, wir kommen hier runter. Einfach jumpen, oder? Wahrscheinlich. Machen wir mal. Okay. Stiefel... Stampf... Stiefel... Stampf... Stampfstiefel... Ah, das ist die Bibliothek, nehme ich an. Da will ich rein. Okay. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Halt! Dieses Gebiet steht unter dem Schutz der stählernen Bruderschaft. Verlassen Sie es auf der Stelle. Äh... Ja, kann ich nirgendwo hin ohne diesen Knallköpfen. Ich wäre vorsichtig damit, die Bruderschaft zu beleidigen. Wir haben ein gutes Gedächtnis. Ein sehr gutes Gedächtnis. Verlassen Sie diese Bibliothek und kommen Sie nie wieder. Wir haben hier Arbeit zu erledigen und keine Zeit für Ödländer ohne Manieren. Gehen Sie. Hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Hab ich... Muss ich jetzt wirklich hier gehen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Na, denn da gab es doch bestimmt einen... Automatisch. Den nehmen wir mal. Jetzt sind wir halt ein wenig freundlicher. Halt! Dieses Gebiet steht unter... Sie müssen unglaublich tapfer sein, wenn Sie alleine hier herumstreifen. Plündern Sie etwa die Ruinen? Nein! So wie wir alle. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Okay. Ja, das hört sich doch schon anders an. Ich bin obergelehrter Yearling vom Orden des Worts. Ich habe einen Vorschlag für Sie, falls Sie interessiert sind. Immer doch. Ich mag Geld. Ich meine, ich liebe Geld. Ja, meine Schatten. Es interessiert mich. Ich möchte mehr darüber wissen. Gut. Ich habe die Aufgabe, die Schriften unserer Ahnen zu sammeln, um die Archive der Bruderschaft in der Zitadelle zu vervollständigen. Die meisten Bücher aus der Zeit vor dem Krieg wurden zerstört, aber einige haben überdauert. Doch in diesen Ruinen ein Buch zu finden, ist schwierig. Ich könnte die Ruinen von einer Million Neulingen durchkämmen lassen, ohne jemals alle unversehrt gebliebenen Bücher bergen zu können. Die mächtliche Bruderschaft sammelt Bücher. Mensch. Nein, natürlich. Ich soll helfen, oder? Genau. Das gesammelte Wissen eines untergegangenen Zeitalters ist wertvoller als jede Waffe. Kehren Sie daher mit allen unversehrten Büchern zurück. Ich werde Sie für alle Bände entlohnen, die Sie mir bringen. Denken Sie darüber nach und kommen Sie wieder, wenn Sie mir Bücher anbieten können. Habe ich? Sie haben kein einziges Buch für der... Okay. Was tun Sie denn da? Wir haben das Gebiet als lokale Operationszentrale für das Projekt eingerichtet und können alle Bücher mit den hiesigen Computersystemen aufzeichnen. Danach schicken wir sie mit einer Eskorte zur Zitadelle zurück, damit sie dort in die Archive überführt werden. Und warum? Bücher repräsentieren das gesammelte Wissen der Welt von einst. Ach was. Von Kinderbüchern bis hin zu detaillierten technischen Handbüchern ist alles von Wert. Indem wir Gelehrten dieses Wissen sammeln und aufzeichnen, können wir es analysieren und für die Ziele der Bruderschaft nutzen. Worin diese Ziele bestehen, entscheidet einzig und allein unser Ältester. Moment, gibt es keine Probleme mit dem Ältesten? Es steht mir nicht zu, am ältesten Lions Kritik zu üben. Außenstehenden will ich nur verraten, dass er kein Traditionalist ist. Das ist alles. Okay. Okay. Das reicht mir. Der Stahl. Habe ich jetzt eine neue Quest bekommen? Also... Nee. Nein. Okay. Naja gut. Ähm, muss ich ja nicht. Hey! Hey! Bewegung, Ödländer. Okay. So, machen wir jetzt schon mal ein Licht. Ne? Und dann gehen wir mal an den Computer, an den du jetzt wahrscheinlich willst. Und da hacken wir den noch einmal. Caring. Na, wunderbar. Ich glaube der wird er bombig. Papierstau im Kartendrucker. 201 Jahre überfällig. Oh, wow, wow. Jetzt habe ich irgendwas geöffnet. Was denn? Ich weiß nicht, was ich jetzt geöffnet habe. Hey, aufpassen, klar. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ähm, ja, gehen wir doch da einfach rein, oder? Aha. Oh. Raider. Sind hier unterwegs. Gut zu wissen. Ich bin ja irgendwie der einzige, ja, in diesem ganzen Spiel. In dieser ganzen trostlosen Landschaft, der sich um Radix, um Medipacks, und so weiter wirklich kümmert, oder? Also, alle anderen lassen das dir einfach liegen. Und Summen könnte man hier verdienen. Hallo? Guten Tag. Ich warte jetzt einfach, bis ihr das damit gemacht habt, hä? Also, das war jetzt ein großes, versenktes Buch. Ich hab gedacht, das wär ja ein... Verstehe. Ihr schießt ja nicht auch nicht. Ey! Au! 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 Wir brauchen einen Arsch! Wir haben hier ein blutiges Anfänger! Ja, wenn die das da vorne machen, ne, da kann ich ja... Wir haben hier mal... ...fröhlich einfach... ...es auschecken. Archiv. Okay. Und? Habt ihr's? Mal? Oder? Wenn ich dich sehe, bist du tot! Ja, das... ...glaub ich nicht. Also, nicht direkt. Vielleicht schaffst du's irgendwie schon, aber... Uh! Uh! Ja? Spiel's ja mal! Du kannst super helfen! Jetzt ist das wieder kaputt Ähm, dann nehmen wir doch das Schwert, oder? Chinesisches Offiziersschwert, okay Oh, ihr seid down gegangen, Minigun Na, nehm ich ne mit Ich kann ja eh nicht trauen Bing, bing Den hatte ich Wo ist denn der andere Bruder? Hier draußen? Ne Ich bin der verreckt Da Schön, wie ihr euch gegenseitig fertig gemacht habt Finde ich gut Wie soll man da ein Buch finden? Seien wir ehrlich Also ich mein Oder soll ich jetzt da alle einzelnen kleinen Bücher einsammeln, die ich da rumliegen sehe Weil das Wäre glaube ich dann doch ein wenig zu viel Also, da hinter oder da hinter? Da hinter Schau mal schon mal da Das ist eine schöne große Da ist vor allem noch hier Ja wunderbar Komm, gib her Nichts, nichts im Schrank Nichts Also gehen wir da mal durch Ja, da geht's weiter, oder was? Äh, dich kann ich doch mal nehmen Mach'n platt Mach'n platt Mach's ja alle platt Du kannst das Persönliche Drohung Kampfrüstung Hm Kampeln Na, brauchen wir alles nicht Wir spitze euch Kasten Na Absolute Action hier Absolute Action Wir können doch auch einfach Ball spielen Zusammen ein wenig Ball spielen Oh, du bist gestorben Das ist ein Buch Vorkriegsbuch Das war auch nicht versenkt Oder sowas Gott sei Dank, hab ich überlebt Das war knapp Oh, du bist gestorben Oh, du bist gestorben Und dann hab ich das noch geschnallt Gefährlicher Ort hier Merk ich schon Oh, du bist gestorben Oh, du bist gestorben Was für ein Idiot Macht sowas Es ist ja wahr Es ist doch wahr Also, wo seid ihr? Ist da noch drin? Ne Okay Leichen und Dings Und ich hoffe, ihr seid alle 18 Die da zuschauen Wenn einer zuschaut Warten wir immer nicht Bastard, Sammer, wir retten du mit mir Mal ein wenig Respekt, bitte Hallo Okay Gibt immer so schön viele Erfahrungen Einfach nur öffnen Und Erfahrung gewinnen So toll Okay Aber hier ist kein Buch gewesen Kein einziges Buch Was ist da? Ist das ein Buch? Ne Hier ist ein Buch Lügen wie im Kongress Okay Was war da auf der anderen Seite? Ne, da war ich drin Okay Ne, da gibt es hier nichts mehr Können wir zurück Das könnte ich mal gleich alles lesen Das war ja nur eins, oder? Immerhin Besser wie nichts Okay Und jetzt auf die andere Seite Da geht wahrscheinlich auch gleich wieder der Punk ab Na, also da bin ich jetzt echt zu faul Da jedes einzelne Buch an Zu Hier Fockrichs Buch Das ist nicht zerstört Sonst wird sie bestimmt Wo sieht das? Nix Okay Das? Ha ha! hopp, stopp, stopp, stopp aber ich stell mir immer vor, ich bin so ein Raider, ja da steht da ein Gewehrschrank vor mir und ich klicke es nicht an warum? ah, hier bin ich wieder uh, nein, 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 großes Buch der Wissenschaften ha, ha, ha jetzt hab ich da aber zwei Bücher, jetzt kann ich die vielleicht schon mal abgeben, oder? warte mal, da war ich, da war ich, war ich da? ja, da war ich auch schau mal, ob die Schnecke noch da ist da hängt sie doch rum, schau mal willkommen zurück ausgezeichnet wie viele wollen sie mir zum Tauschhandel gut hier ist die Belohnung hundert Euro kommen pro Buch weitere Bücher sind natürlich immer willkommen okay das ist gut, das ist gut, das ist super so, wo war jetzt da war noch irgendwo was wo ich hin ne, war das unten? war doch unten, oder? da war doch noch so ein so ein weiterer Weg irgendwo da hinten irgendwo war das doch meine ich mich zu erinnern hinten unten rechts, oder? genau, Archiv wo die Blutspur schon hingeht hin geht so, ihr macht da, dann kann ich ja mal hier zum Plündern gucken wie seid ihr da hergekommen? hm war kein Mensch, ne? aber da gibt es nichts interessantes hm hm ok ih, Maul ist es rotten jetzt braucht er doch nicht zu langsam gehen das bringt doch nichts ist das doch gemacht? ah ein, irgendwas was, was war das? Geschichten eines Dörfleischverkäufers aus Junktown das lesen wir natürlich, das lassen wir nicht einfach so da liegen da geht es weiter, ok ne, dann ja schon mal hier ok refunded immersed stronger transmit fabel oh das ist gut wenn da gar nichts über einen stimmt ähm könnte das doch zum Beispiel das hier sein ne? ok, muss ich wieder raus muss wieder neu supplies ähm stop striking ne, das könnte nicht sein describe ne speeding nein schen shackle schen ne, kanns auch nicht sein, oder? nicht blöd ne, kanns nicht spektral ne ne, ne, ja ne, ne Nee. Guardian? Nein. Wobei, A, R, I, das könnte sein. Ah. Na, also. Geschütztürmsystem deaktiviert. So. Das habe ich gut gemacht, hä? Habe ich euch die Geschütztürme weggenommen. Darf man fragen, was das soll? Was ist denn? Ich habe euch gerade geholfen. Da wirst du jetzt nicht... War jetzt keine ernsthafte Frage, was das soll, oder? Und das hier, ey? Ja, Wahnsinn. Vorkriegsbuch. Ink-Container? Naja, was soll man das ist? Aber hat kein Gewicht und kein... ...kein Wert. Insofern, doch toll. Das war's. Mann, alle Bücher. Ein einziges. Püh. Lame. Ah, ist da weiter hoch. Oder wo auch immer ihr gerade hingeht. Hallo. Ah, hallo. Na, na. Geht's auch? Ja, da geht's hoch. Hey, ein bisschen mehr vorsichtig sein. Aha, das nächste. Rotation. Ah, sehr schön. Na gut, dann müssen wir's abschalten, wenn sich da nix tut. Gut. Mal was deaktiviert. Hoff ich. Oh. Da muss man ja mal vorsichtig sein, würde ich dann behaupten. Oder auch nicht. Okay. Jetzt wirst du in Stücke gerissen. Äh. Bruderschaft. Bruderschaft. Du bist tot. Tot. Nimm das. Mach einfach die Tür zu und ignoriere euch. Wie wär's damit? Hm. Anscheinend nichts. Au. Ach, das tue ich. Nee, du hast ein Meter. Verdammt. Verdammt. Raketenwerfer? Kann ich ja wieder mit meinem zusammenbauen, oder? Hoffe ich. Äh. Ja. Okay. So, jetzt aber erst mal hier gucken. Ich hab hier nicht irgendwo noch ein Buch rum, nicht? Ah, ne, da bin ich hoch, oder? Was da? Gibt's was? Nein. Okay, wenn ich hier hoch bin, da drüben rausgekommen, da rein, da rüber, dann, ja, bleibt ja nur. Nee, halt. Da sind ja die immer hergekommen. Gekommen. Elegant, wie ich hier nicht. Elegant, wie ich mich hier durch die Gegend bewege. Dann ist da hier noch einer. Zerreiß dich in Stücke. Ja. Ja, nehmt sie außen. Schätzen davon, ich dich in Stücke zerreiß. Fass. Für deine chinesischen Pistole oder was auch immer das da ist. So. Jetzt einmal zurück erst mal hier. Blündern. Was macht ihr nur mit den Leuten hier ständig? Das ist ja, ne? Die Moderne, bla bla bla. Obsessed. Feral. Genetics. Repairt. 0 von 8. Okay. Dann kann's das nicht sein. Kann's das nicht sein. Kann's das nicht sein. Kann's das nicht sein. Kann es... Das nicht sein. Das nicht sein. Kann's das nicht sein. Das kann sein. Das muss es dann anscheinend sogar sein. Das machen wir nicht, weil wir machen das natürlich noch mal per Hand. Doppel de XP. Ich finde das blöd, ne? Das ist bestimmt cool. Du bist bestimmt jetzt der Explodierende, oder? Ne. Kartenkatalog geöffnet. Oh. Wohlobband des Medienarchivs hinzugefügt. Vielleicht kann ich das ja abgeben und bekomme dann ganz viel von der. Okay. Das ist doch mal alles hier schon mal nicht schlecht, ne? So, habe ich jetzt noch irgendwas übersehen gehabt? Ich hoffe nicht. Also, wo ging es dann da hin? Durch die letzte Tür. Oder ist das einfach nur noch mal ein schneller Weg nach unten? Aber ein Pistolen und ein paar Drohnen. Und nochmal Vorkriegsbücher. Wow. Ey, da wäre ich jetzt steinreich. Da wäre ich ja absolut steinreich. Habe ich wirklich zu viel schon wieder drin? Oh, Mann. Okay. Jetzt. Uh. Was ist das? Und das war das, wo das Buch vom Himmel gefallen ist, oder? Wo ist der Heimathafen? Von da irgendwo? Ich glaube hier. Foyer. Äh. Hä? Ja. Okay. Ey, ich hab nochmal was für dich, du. Willkommen zurück. War ihre... Ausgezeichnet. Wie... Gut. Ha, ha. Aber bitte mit... Okay. Das war doch jetzt richtig, äh, tolle Sache, ne? Dietrich. Kleine Waffen. Das hat sich doch mal absolut gelohnt, hierher zu kommen. Da bin ich ja sehr froh, dass man das gemacht hat. Überaus glücklich quasi. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten.